so hallo meine lieben hier sind wir wieder zu einer neuen folge sons of the forest und wie sie wie ihr seht es regnet es regnet ja und ich muss mal mal sagen ich hab was gemacht hier es war noch nicht hundertprozentig aber egal ich habe erstmal einen elektrozaun da unten dran gemacht es hat auch schon kräftig auswirkungen gehabt eben gerade war wo ich rin kam ins spiel da sind diese chaoten schon wieder gekommen und voll reingelatscht und haben dann gejammert habe den gnadenschutz angegeben ja hier ist noch nicht genau gerade aber dann mache ich dann hinterher wieder aber egal ja hier habe ich auch schon mal sehen wie weit ich ran gehen kann da habe ich auch schon den zaun also bis auf die vorderfront haben wir haben wir jetzt den ganzen zaun fertig elektrozaun von außen meine ich jetzt jetzt müssen wir hier oben und an die spikes ich mache erst mal hier oben hier die ich weiß nicht ob die weit helfen vielleicht hier für diesen idioten da diesen diesen der mit die zwei körper da diese komische lange oder war das ist ich weiß es nicht wenn wir sie sehen so wollen wir machen kicken über die brücke würde ich mal sehen was ich da mache ob das auch mit der hängebrücke geht keine ahnung das wäre natürlich was also hier oben drauf mit spikes habe ich bei keinen gesehen ich will nur ob das klappt hier wegen diesen idioten da na gut machen wir das so bis zufrieden wenn die aufpassung reiße wenn das alles wieder ab das ist so hell hier kommen ja auch die die doppelspikes und dann elektrozauner oben rüber ob das alles hat hilft ich habe keine ahnung dafür mache ich unten keine spikes hin oder wenn ich wirklich lange weile habe oder kevin er tut was sagen habt er schleppt steine ran felsbrücken meine ich um lage aufzufüllen wieder ich habe die auch umgesetzt hat ja gesagt gibt ja kein bruch doch man weiß es ja nie nachher macht er krank ja ja wegen des haus hat noch keiner keinen kommentar gegeben was ich da vielleicht besser machen könnte ich weiß es nicht da wollen wir sehen ob das hier klappt ich will nicht jetzt machen wir erst mal steine dann spitzen wir die an dann kommen noch ein paar das ist ja letztes amantar Der wärmste Sommer seit Aufzeichnung. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht. Die machen ja auch hier eine Scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Man denkt darüber nach, die Heizung anzumachen. So kalt ist das. Cool. Oh, da kommen sie wieder angerannt. Jetzt will ich mal sehen, ob das geht. Ob ich das rupgehe hier. Ne, muss ich hier anfangen. Das geht nicht, das geht nicht, da muss ich da anfangen, hier geht es nicht. Oh Gott. Das geht nicht. So, das wollen wir sehen. Na ja, dann kriegen wir so eine Brücke eben nicht. Ist auch nicht so schlimm. Okay. 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 Man hört die gar nicht gerade. Die sind doch da rumgerannt, die Kanälen, die ganze Meute da. Ah, da liegen die Herrschaften. Er zuckt doch. Alles klar? Das ist effektiv. Das ist effektiv. Cool, cool, cool. So, wollen wir hier mal versuchen? Nee. Wie das ist nix? Oh, oh. Mal von hinten anfangen. Mal sehen, ob das besser geht. Um da so einen Stick da rein zu knallen noch. Da rumpelt noch einer. Aber egal. Lass ihn. Die werden wir gar nicht beachten. So. Nee, sag mal. Nee. Warum will das nicht? Scheiße. Oh, ist das ein Scheiß. Oh. Ja. Wann der schon wieder einen Gewiss ich kriegt? Er will nicht. Er will nicht. Vielen Dank. Wir werden da nicht hundertprozentig Wenn du gerade hinter stehst, dann haust du dich schieb, ja? Egal. Wir werden da nicht hundertprozentig 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 Ja, das ärgert mich, ja? Warum geht das nicht? Ich muss mal wieder Stecker sammeln Ah, ja Jetzt funktioniert das Wir werden da nicht hundertprozentig Ich dachte schon, ich bin zu dämlich Da haben wir doch extra so Da geht's Und ist das schöne wenn man merkt das klappt so wie man das denken nur wie man mit meinem dach bin ich nicht zufrieden also das ist wirklich ich glaube das werde ich noch umbauen müssen schon wieder dunkel auf jeden fall unten der elektrozaun der zeigt auf jeden fall wirkung und das ist schon mal cool so dass da sind wir ok wenn wir noch steine doch jetzt liegt die da ist dann zu reingehen an oben da pennt die da wieder dabei habe ich zwei betten da unten drin im haus ach ja ach so ich bin schon wieder jetzt mache ich das erst fertig cool okay Okay. Ah, ya va a ser. Oh, da stehnt wieder einer. Tja, kann ich nicht aufhören. Was rennt da da auch rennen, wa? Au. Zwei von diesen komischen Mäulern da. Ach komm. Vielleicht töten die sich auch selbst. Na, wie lange rennt ihr da reinrennen und das überleben? Ähä. Nur ob genug reinrennen sind sie auch dort. Gut. Ja, geil. So. 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 And. So. 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 so sauberwasser alles klar kann man jetzt auch machen den top da ne den werden wir mal aufsetzen da raus holen das machen wir nachher wenn es heller ist wir werden erstmal hier einmal pennen gehen und dann werden wir speichern ja wir haben den 123. Tag so dann gehen wir mal gucken ausrüsten ausrüsten ja ja doch dann Vielen Dank. Ja, langsam wird das Watt hier. Das war alles. So, Steine hat er voll gemacht. Jetzt kann er noch Baumstern holen. Und wir gehen jetzt hoch. Noch ein Feuer. Da müsste er noch anbrennen. Da ist das Wasser. Oder machen wir was rein? Da haben wir nicht alle Pilze. Drei Pisse und eine Muschel. Käppenspezial. Da brauchen wir einen Kopf. Ach, wir machen nur Wasser. Ach so. Vielleicht sollte ich auch noch ein Holzfett auflegen. So. Das sieht doch... Das sieht hier alles mal mager aus. Aber noch gut. Zum Looten kommen wir ja noch. Ein Alt. War da hier was? Da jammert wieder einer draußen. Da ist einer reingelaufen. Da ist eine reingelung. Da ist eine reingelung. Da ist eine reingelung. Da ist eine reingelung. So, jetzt müssten wir hier Strom legen. Strömchen. Ja, heute ist er ja drin. Ja, heute ist er ja drin. Ja, heute ist er ja drin. Ja, den Elektrozaun da, wo Kevin draufsteht, da muss ich noch ein bisschen verändern. Er muss noch weiter rein, aber ich habe den erstmal reingemacht. Ach, das darf man schon hinkriegen. Ja, morgen müsste ein Update kommen. Was ist da? Zehn, ne? Neun war er, bin mal gespannt, was da kommt. Bist du was Neues machen? Oder nur fixen tun? Also ehrlich gesagt, jetzt nochmal neu anfangen, habe ich auch keinen Bock mehr. Dann baue ich wirklich die Hütte. Nehmen wir mal um oder was, keine Ahnung. Ich muss ja hier draußen auch noch fallen, wollte ich noch aufstellen auch und so. Na ja. Dann kann ich alles auf einmal machen. Ne war Funnylein. Ja. Da hatten wir immer bei... Bei Youtube immer jemand geschrieben da. Kommentare. Ein Russe. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Frau oder ein Mann war oder ein Kind oder was. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nur ein Russe. Das kann man an den Nick nicht erkennen. Auf jeden Fall, er hat ja jedes Mal Kommentare noch runtergeschrieben. Und jetzt habe ich das endlich mal, ja, mir übersetzen lassen. Und hab dann mal ein paar Kommentare von denen geantwortet oder von denen. Das Schlimme ist eben, dass derjenige nur Russisch kann und ich nicht. Kann ja nur mal Englisch. Das habe ich nicht in der Schule gehabt. Unsere Lehrer haben, das war wichtig gehalten. Wichtiger. Lesen, Schreiben, Rechnen. Und Filmschrift. Ja. Er kann sich noch daran erinnern. Wollen nur die Älteren. So wie ich einer bin. So wie ich einer bin. So wie ich einer bin. Oben eigentlich bräuchte mit dem Kommenzaun. Aber sicher ist sicher. Ja. Weil ich nicht weiß, ob dieser längliche Wurm da mit den zwei Köpfen. der überall durchgeht. Ob der aufgehalten wird von den, ja, Sticks oder Elektrozaun. Das kann ich nicht sagen. Nein. Nicht sagen. Cool. Kabel. So. Jetzt machen wir Kabel. Kabel. Ne. Hä? Nö. 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 Das Strömchen. Wenn man dann daneben steht, das knistert richtig dann. Mal probieren. Hier hat uns gleich wieder Rüstung gekostet. Aber es ist gut. Es ist Strömchen drin. Also hier kriege ich das nicht drauf gebacken auf der Brücke. Naja, auch egal. Oder? So, dann haben wir nur noch die andere Seite. Die andere Seite. Da müssen wir von da anfangen. Und wir können hier nicht. Das muss frei bleiben. Da können wir auch keine Spikes reinmachen. Entschuldigung. Ja, können wir gerne Spikes reinmachen. Geht nicht? Da muss ich mir was überlegen. So. Ach so, wieder vorne. Das war. Ach, da kann ich auch Sticks reinmachen. Oder eher. Kann ich ja machen. Vollpelz. Vollpelz. So. Den Schlitten haben wir fertig. Äh, voll. Ja. Da. Das wird noch was. Warte mal, können wir den noch wegnehmen da. So. Schon mal aufgeräumt hier. Endlich mal. So, dann gehen wir mal. Äh. Dann müssen wir ganz hoch. Noch eine höher, nicht? Ja, so könnten wir angewandeln machen. Ach so, ja. Ist ja wegen, 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 wegen. Aua. So. Foto. So weit sind wir schon. Ach, man kann sich schon gar nicht gewöhnen, ne? Ja. Ja. Warum das andere nicht ging, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Und warum kriege ich das da oben nicht zu? Ja. Hier müsste, warte mal, müsste ich das ganze Ding abreißen? Ach, ich komme da nicht hoch? Da würde ich hier die ganze Scheiße abreißen. Erst zumachen und dann, ich weiß nicht, ob ich denn auch dazu hinkriege da. Ich habe keine Ahnung. Was meint ihr? Gefallen tut mir das da oben nicht. So, die Fenster da oben ist, ist, ist okay. Das finde ich in Ordnung. Aber da ganz oben kriege ich, äh, die Dreiecke, da kriege ich nix drin. Da stehen die Balken dann drüber. Aber, auch wenn ich die kürzen tue, haut das nicht hin. Ganz komisch. Das ist irgendwie verschoben. Und woran das liegt, weiß ich nicht. Ja, dann müssen wir da von außen noch den Elektrozaun ein bisschen drücken. beim nächsten Mal. Oder vielleicht mache ich das offline. Keine Ahnung. Muss mal schauen. Wie ich gelaunt bin. Ja, und wenn ihr da irgendwie einen Vorschlag habt, wie ich das hier am besten machen kann, hier, das ist das, äh, was ich eben nicht weiß. Da mache ich mal ein Foto und dann setze das mal bei, äh, Steam rein. Ob da einer was, ja, mir erzählen kann oder helfen kann dabei. Also das würde mich ja wirklich interessieren. Ich kann ja mal hier den aufmachen. Es regnet. Und wieder regnet. Ja. Na, Alter. Ja. Da sind auch die Bretter hier nicht richtig drinnen da, ne. Alles irgendwie verschoben. Ich brauche da hin. Das regnet da sogar hin. Können natürlich hier Balken hinsetzen. Ah, ne. Dann komme ich ja, äh, komme ich ja sowieso da hinten, komme ich ja nicht hin. Ja, nur, wenn ich da zu habe, dann, dann kann ich hier auch zumachen für die Treppe. Okay. Dann machen wir einmal unser Fenster auf. Mal durchlüften. So, das Wasser ist fertig. Abspeichern. So, abspeichern. Okay. Das finde ich ja geil, dass man das Radio abstellen kann jetzt, ne. Kann man noch anmachen. Und hier, hier, hier kommen die Köpfe dann hin. Da will ich noch einen Elch hinhaben. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist schon wieder Herbst oder was? Ich weiß es nicht. Na gut, dann sage ich mal Dankeschön für euer Interesse. Freut mich immer wieder, wenn ich da was lesen tue, in der Richtung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst du ein Däumchen da. Und wer es noch nicht gemacht hat. Es kostet auch nichts. Ja, ein Abo. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Vielleicht kriegen wir ja noch dieses Jahr die 90 zusammen. Oder 100. das wäre natürlich toll. Ich meine, ich habe auf Twitch, habe ich angefangen zu streamen. Mache ich aber schon lange nicht mehr, weil ich da keine Videos mehr hochladen kann. Sondern nur Live-Streams machen kann. Da habe ich trotzdem noch fast 300 Follower. Obwohl ich so lange nicht da war. Das ist erstaunlich. Wenn ich die hier hätte, wäre ich natürlich auch begeistert. Also Wahnsinn. Aber ich will ja nicht meckern. So. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Was haben wir heute eigentlich? Ja, heute ist Freitag. Ne? Moment. Ne, Donnerstag. Donnerstag. Genau. Donnerstag. Und das kommt auch heute noch rein. Lade ich heute noch hoch. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Video. Da bleibe ich, euer Hans Dampf aus Berlin. Winke, winke, bye-bye. Auf Wiedersehen. Macht's gut, Nachbarn.